Meine Bestellung war so richtig viel aus dem Crime-Shop dabei. Hilf mir! Ich denke es, hilf mir! Jetzt kommt das Gruseligste. Sag was, sag was, rede einfach. Wann ich nicht? 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 If you like pina coladas And get in cars in the rain If you're not into yoga If you have half a rain Eine rote süße Leuchte drin ist. Die mein gesamtes Zimmer in ein Rotlichtmilieu verwandelt. Ach, das meinst du mit du machst alles in diesem Zimmer Zimmer? Wo soll ich's denn sonst machen? Äh, in der Küche. Wie normale Menschen. Ein Glück wohnst du dich bei uns! Yeah! Hey Leute! Vielen Dank für 200.000 Abonnenten! Das ist richtig nice, Alter! Das hat mich jetzt schon nochmal ein bisschen überrascht, du kleiner! Tschüss! Tut mir leid, die Aktion mit der Vase, ja? Ich weiß, die Aktion mit dem Auto war scheiße. Und ich wollte ja nicht, dass die Tussi drauf geht, aber... Ey, keine Ahnung. Ist halt so passiert. Okay, Mann. Aber du musst bestimmt nicht so lange im Knast sitzen. Viel Glück, Alter! Oh Mann!